So, hey Leute! Weiter geht's mit, oh Scheißpilzing, mit Part 2 von Half-Life. Ähm, heute ist wunderschönes Wetter, sehr sonnig, sehr warm. Und da hab ich mir gedacht, bei dem schönen Wetter kannst du eigentlich drinnen bleiben und weiterspielen. Ja, hau ab, du Scheißpilzing. Jo, und dann, das werden wir jetzt auch gleich mal tun, ne? Äh, wie gesagt, wie gesagt, die Spielsplanung ab jetzt hier, wo? Ich hab' keine Ahnung, wo ich jetzt direkt dran muss. Ich glaub' einfach mal. Oh? Äh, ja? Ich versuche für Jürgen, wie möglich die Wartesequenz mit rauszuholen. Hey Gordon! Hä? Hä? Na, keine Ahnung! Ähm, okay. Oh, ein Brecheisen! Immerher damit! Genau! Wuh! Geile Scheiße! Bam! Wohl weg also! Ah, das brauche ich jetzt hier dafür! Sehr, sehr geil! Ein Brecheisen! Ohne schlecht! Na ja, besser als nix! Sehr dunkel! Wo, 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 wo! Au! Ich seh' nichts! Was soll ich denn hin? Soll ich jetzt hier runter? Ne, boah! Läser, da 有atif! Bof! N allen 말 allen lang wird ich glaube wir sollten sie nicht lang definitiv nicht Alter Mauerjunge Gott! Mit euch! Jetzt das hat ein reines Summi renovativer Nein! Oh nein! Okay! So weiter! Da! Da unklimmen! Da! Okay! Und drüber! Jetzt krieg's auf! Schneller! Was? Schneller! Panik! Bunkelpanik! Das macht ja! Das hat aber viele Ladegrenzen drin! Ja, aber meine Güter! Was ist das jetzt hier so ganz? Oh, das war's schon! Alles klar! Was ist denn da? Ey! Was ist denn da wohl einfach? Gib mal die... Gib mal die Waffe, alter! Wuuu! Geile Waffe! Das ist nett! Nicht? Weil... Ah! Da macht das die Waffe runter! Aber da kann ich nicht schießen, sogar! Das ist so cool! Was denn? Ich bin schon unterwegs worden! Jo! Guck! 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 Krass! Guck! 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 Yeah! Wann! Na? Wann! Na, na? Ja, dann mal lo, dann gehen wir mal hier hin. Na, na, na! Na, na! Na, na! Na, na, na! Na, na! Totally uncool. Oh ja, das ist jetzt schon wieder. Deiner. Warum auch du fragst, der kann ja auch nicht bleiben. Äh, hallo? Äh, mal hoch? Ah, weg jetzt nichts. Okay, hier geht's ja auch nicht lang. Warum geht's hier runter? Ah, Moment, 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 Moment! Hoch sprengt, hoch sprengt. Nee, niemals. Das glaub ich immer ja auch nicht. Jedoch. Ah! Cool gemacht, alles klar, ja. Jetzt versteh ich das. What the fuck? Nein. What? Mensch, what denn? Mann. Fick dich ent. Nee, du auch. Du, ich muss weinen, ja. Zack, 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 zack. Ah! Fick dich. Mist, du. Mann, fliege ich, verpisst dich auch. Mann, fort! Fort! Fort, Mann, fort! Mann, fort! Nicht durch! Panik! Nö, halt da, wenn du was willst, man. Kannst du mal. Nein. Warte, Mann, ruckelt das so! Auf geht's, Junge! Hör herr! Na joue, hum. Sei mumma, Junge. major engagiert Lewis! Ok, vielleicht muss ich nicht hier lang wundern. Junge, das nervt mir grad schon wieder aus. Volle Hütter. Ah, wie blind muss man eigentlich sein, Mann. Nein, 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 nein. Ist doch gut. Hm, das war jetzt nur noch gefährlich. SR4, das破 Amerikaner... Tollweiler... Geil jetzt Weihnachten... Danke, dass ihr mir das geöffnet habt. Das ist ja nicht super nett, von mir. Das wollte ich auch nicht... Eel, steht auf, das schneletschneut. da muss ich eh nicht lang, das weiß ich halt schon doch, muss ich, hä? jetzt, Jungs aaaaah, uuuh, hat den Sinn das finde ich jetzt sehr, what the fuck, alter, alter, ich mag das auch frisskugeln, frisskugeln na klar denn was müssen die oh klar denn mehr an du was du hast so, das sieht da wie geschnürt, ja, bis dahin au so schlecht wie sie sind mann du scheiß jeder macht einer weh, alter du bist kein Gast in meinem let's play du bist nicht der geht leider runter ja und mehr so kann ich schwimmen, ja? also nicht so warte mal nach, warte mal nach was machst du denn du? da warte doch nicht so rum, what the fuck, boah runter, 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 also Sommer, geht doch Und jetzt? Was hab ich jetzt hier gekonnt? Ha! Ah, Wasser! Ah, ist klar! Hi! Alter! Boah, weg mit dir, Alter! Was ist das? Hey! Was? Alter! Was machst du da? Wie? Das war's! Was ist mit Verarschen? Okay, das war's! Boah! Oh, du warst immer der Fernseher! Da gehören die angeschlossen! Mach dich weg! Mach dich aus, Alter! Na komm, nimm's! Nimm's doch! Jammer! Jetzt weiß! Nein! Mann, Mann, Mann! Die Large expansion hier! Oh, nimm's! 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 Man vielleicht irgendwasuju'm! Nimm's! Moana ... Molala ... Urung... ... Die ... Aaaaah ... What the fuck ... Erfolg stimmen ... Weg! isti ... ismus ... Ah ... Zvi, die ... Oh, weg! Mann, Mann, Mann! Wie stark ist das Ding! Hier ist mir was. Wow! Nicht so rein! Was ich hier? Oh, was ich hier? Wow, was ich hier? Nicht so rein! Was ich hier? Was ich hier? Was? Was, was? Was, was? Was ist das Ding? Nutziges und nix. Ah, hast du nix, Mann, das hat doch alles geschlagen! Alles klar! Witzig! 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 Hier kann ich das nehmen! Witzig! Ah, da ist doch nichts mehr an mir. Junge! Ich muss hier nicht fallen, ja. Oh ja. Du bestens auch hier. Alter, kannst du nicht mehr. Boah, du Quake, scheiße. Nicht gut! Gar nicht gut! Wo ist denn hier was? Alter, verpiss dich! Wuhuu! Rinder, muss sein, lass uns rein hier. Alter? Schmaul! Ich hab doch hier noch, ich hab da noch. Richtig! So, jetzt versteh ich aber nicht Angst, was das hier ohnehin sehr lang sagt. Was für Begründung. Müsst du das hier mal? Leicht Bock machen! Wow! Schau mal an, ich hab gleich im Arsch. Die Leute sind auch irgendwo. Wo? Äh, ne, also nicht. Na, dann noch noch mal. Hier ist nichts mehr. Ja, wir sagen, jetzt sind. Warte mal pauscheln. Junge! Warte mal. Willst du mich vor allem an, also nicht lang? Okay, das ist ja jetzt du. Du. Dann. Dann. So ein Notpunkt. Ja. Jetzt nötig das vorgestellte Junge. Okay, jetzt. Ah, genau. Ich kann das nicht. Ja, wenn ich die Gäste. Ein Reicht oder? Nein, reicht nicht. Muss noch mal zwei haben. Na, dann schiebt sie doch nicht weg, man. Gib mir die Gäste. Ah, bin so blöd in gestern. Es gibt doch eh um Alter nicht nicht. Die kann ich nicht nähen. Fass. Nee, her. Lass mich doch drauf spielen. Alter, jetzt reich. Jetzt junger, aber. Reicht's nicht. Na, gib mir die Gäste. Ah, fickt euch. Oh, also was. So was habe ich. Jana. Ich finde das Rede. Ne? Das war doch meine Super-Gerste. Die kann auch leider dazu spielen. Naja, egal. Das schon, sie kann. Das ist das Grund. Nehmen wir hoch. Na, wird festgehen. Hoch und hier runter. Laufen, 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 laufen. Mann, hier steht ja wach. Aus, Junge. Hm. What the fuck. Sein das war. Sein das war. Öh, die stinkt. Hey, ihr musst nur, uchst aufpassen. Äh, warte mal, ne? Es ist doch nicht auf mich auf den ganz beschissenen. Ah, das ist ja nicht mal. Es ist gut ja weh, ne? Neh, na. Ey, nimmst mal die Scheiße jetzt hoch. Okay, jetzt weiß ich. Ne, nicht das Brecheisen. Wow. Keiner Husserzen. Wo denn? Was denn? Was willst du denn, Alter? Sollte ich jetzt zu dir kommen, oder wie? 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 Sollte ich jetzt zu dir, Preisecheisen. Na komm. Hä, na, ich glaub nicht, dass ich hier weiter soll. Hä? Okay, das ist wiederum sehr witzig. Komm nicht mehr raus jetzt. Das war's jetzt witzig, wenn's. Ah, wie meins? Wie meins? Ich werde hier nicht brennen. Ne, doch nicht. Au! Guck mal, ich bin im Arsch, was ich mir mein. Nein! Das kann nicht wahr sein! Ist das hier fest, oder was? Weg dich! Weck dich! Lass mal ein bisschen Waffen runterputzen in meiner. Nech? Hüft mir jetzt mal einer hier. Uh, stark. Wohnein! Nein, bestimmt nicht. Da geh ich bestimmt nicht. Ah, das ist Jan schon berammt in die Raum. Ah! Alles klar, ich bin immer in Pumult. Nein! Jungs, unlustig! Nicht lustig! Nein! Da 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 da! Oh, was? Was für mich. Sehr, sehr schön, ne? Wollten wir nicht alle mal einen Pumult lecken. Ne, ich will ja boah boah! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Hallo! Patrick! Okay! Okay! Alles klar! Jans, ruhig! Hallo! Ich bin gleich tot! Jans! Nein! Maul! Jetzt aber schneller! Brecheisen! Schneller! Brecheisen! Da! Dich, Medizin! Alter! Mach's kaputt! Warum nicht? Warum machst du's nicht kaputt? Ah! Wir sind das nicht! Wir sind das schon wieder nicht, Mann! Ha! Wir sind das nicht! Was sollen's waren? Okay, mein Daddy meint immer, hat sich Wege geboren, den übelsten Kisten! Ne, mein Mann! Pssch! Dann bauen wir uns jetzt mal diesen übelsten Wege mit Kisten! Ach! Ach, das nervt mich gerade schon wieder alles übelst, aber naja, okay! Oh, okay! Ich hab' die Idee! Ich hab' heute sinnvoll! Perfekt mal! Perfekt mal! Perfekt! Das geht sofort! Oh, und jetzt los! Nein, jetzt wird der Platz hier! Genau! Hier! Ah! Da kommt man ja auch! Da kommt man ja auch! Lalalalalala! Das ist dumm! Ich seh' die... Ah, Moment mal! Ich hab' deine Wunder! Mann! Da soll ich immer gespielt an die Scheiße gehen kommen, also! Mann! Das nervt mich, das ist nicht gut! Ich hab' alles drin hier! Hallo, ich brauche mal bisher hier! Busskam, ich hab' alles drin! Bitte! Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Ich muss mir haben! Na, 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 na! da kommt es dir ja angesprochen Mann jetzt? und jetzt? und jetzt muss ich jetzt mal wieder eine Idee erfinden guck mal was rum geht's rutsch ah man 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 wow 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 die wollte ich nicht alter was geht denn hier nein 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 artifact artifact wuuu alter hier glitscht man doch mal ernsthaft drum nein niemals Mann was ist das nicht los alter äh scheiße okay alles klar wow was geht ja schmitter ja ja hier geht mal unterbleibt schluss wuuu waa 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 Kronen 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 ja er ist aber nicht hier okay die Lade-Sequenz der Weizmann schneller Rundstern und schon mit seiner Projekte wenn die Angelegenheit und schön und jetzt schon die Angebacksteine nach aufpacken Rhein mann zu schützen Naja, na los Boah, ey, nervt mich nicht! Jawoll Gut, auf diese Idee, dann ist er schnell gekommen steigend 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 auch wo auch was nicht rechnen nicht das hat zu reichen eine Mauer noch ein jetzt weiß der Rollen Neumanns das kann doch nie ja werden die Barschmann sieben sieben deutschland und die Städte ich bin ich hier eigentlich bin ich hier Ach Scheiße. Ich glaube hier mache ich auch erst mal Cut.